Hallo und herzlich willkommen zum Walkaround mit dem neuen Subaru Crosstrek. Ich bin Sven von Subaru. Für dieses Video sind wir heute in den Schulungsräumen der Subaru Deutschland GmbH und werden die Basics und die Neuigkeiten des Modells am stehenden Fahrzeug anschauen. Um keine weiteren Videos von uns mehr zu verpassen, lassen Sie gerne ein Abo da und aktivieren Sie die Glocke. Fragen zum Video schreiben Sie gern in die Kommentare und über ein Like freuen wir uns natürlich auch. Unser erstes Kompakt-SUV brachte die japanische Allradmarke Subaru 2012 auf den deutschen Markt, damals noch als Subaru XV. Jetzt ist die dritte Generation verfügbar, diese wurde komplett neu konstruiert und erhält auch einen neuen Namen, Crosstrek. Ganz neu ist der Name allerdings nicht. Crosstrek hieß das Modell vorher auch schon in vielen anderen Märkten und jetzt wurde der Modellname vereinheitlicht. Cros steht dabei für das Fahrzeugkonzept eines Crossovers und Trek, abgeleitet vom Wort Trekking, für die vielen verschiedenen Outdoor-Aktivitäten, die man mit ihm erleben kann. Der Crosstrek ging ursprünglich aus dem Subaru Impreza hervor. Beide Modelle haben viele ähnliche Bauteile und basieren unter anderem auf der modernsten Fahrzeugarchitektur der Marke, der Subaru Global Plattform. Trotzdem sind beide Modelle komplett unterschiedlich positioniert. Unsere Videos zum neuen Impreza haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Mit diesem blauen Crosstrek haben wir auch einen Fahrbericht mit Sebastian von Subaru gedreht. Auch dazu steht ein Link in der Videobeschreibung. Jetzt aber geht's zunächst im Walkaround ans stehende Fahrzeug. Wir schauen uns den Crosstrek von außen an, von innen, werfen einen Blick unter die Haube und auf die Technik, insbesondere auf die vielen Sicherheitsfeatures des neuen Crosstrek. Reden wir über die Außenabmessungen des Crosstrek. Er ist knapp 4,50 m lang, hat eine Breite von 1,80 m und eine Höhe von 1,60 m. Dazu kommt ein Radstand von 2,67 m und eine sehr gute Bodenfreiheit von 220 mm. Zehn Außenfarben gibt es für den neuen Crosstrek, darunter drei komplett neue Farbtöne. Zum einen Sunblaze Pearl, ein schon schierendes Orange mit Perleffekt, ein modern kühles Blau-Grau namens Offshore Blue Metallic und Oasis Blue, das spannende Blau hier hinter mir. Wenn ich mir das Fahrzeug von vorne anschaue, fällt mir auf, wir haben ein sehr ausdrucksstarkes Design, eine dynamische Linienführung, sehr gelungen, wie ich finde. An der Front finden wir serienmäßig zum Beispiel aktive Kühlergrillklappen und modern gezeichnete LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht. Was ohne die Verwendung eines Magneten als Hilfsmittel nicht sofort ins Auge fällt, ist der Einsatz von Leichtmetall an der Motorhaube und dem vorderen Kotflügeln. Das Ganze hilft bei der Gewichtsverteilung. Apropos Leichtmetall, schicke Alufelgen im Bicolor-Design sind je nach Ausstattung im 17- oder 18-Zoll-Format montiert. Auf den Felgen sind SUV-Reifen mit M&S-Kennung und einem höheren Negativ-Profilanteil für losen Untergrund. Zur Info, dies sind keine ausgewiesenen Winterreifen. Natürlich integriert sind Sensoren für den Reifenluftdruck, deren Einzelwerte im Cockpit angezeigt werden. Praktisch für den Wechsel zwischen Sommer- und Winterrädern die automatische Sensorerkennung. Weitere serienmäßige Ausstattungselemente in diesem Bereich sind die Frontscheibenwischerenteiser und die auffälligen drei Optiken des preisgekrönten Fahrerassistenzsystems iSight, aber dazu später mehr. Noch ein kleiner Vorgriff auf das Thema Sicherheit, durchsichtige Spiegel-Dreiecke. Wir sehen hier am 1,92 Meter großen Julius, dass auch größer gewachsene Menschen problemlos eine bequeme Sitzposition finden. Die Außenspiegel sind im schickem Dunkelgrau abgesetzt, ebenso wie die Dachreling und die Kühlergrillspange. Die Außenspiegel lassen sich elektrisch einklappen, sind beheizbar und verfügen über integrierte LED-Blinker. Schlüsselloser Zugang ist ebenso Standard wie die schwarze Dachantenne und die abgedunkelten Scheiben hinten an den Seiten und am Heck. Ein Glasschiebedach ist exklusiver Umfang der Top-Ausstattung. Bleiben wir hier oben, für Dachlasten wie Skiboxen oder Dachzelte ist während der Fahrt ein Wert von 80 Kilo zugelassen. Der Dachspoiler ist in Wagenfarbe und in Schwarz gestaltet. Die markanten Heckleuchten im Dreifarbdesign verfügen als Neuerung über seitliche Positionslampen, sodass der Crosstrek auch bei Dunkelheit von der Seite her gut sichtbar ist. Die umfassend überarbeitete und ausgeklügelte Aerodynamik hilft zur Steigerung der Effizienz. Hier als Beispiel ein kleines Detail. Die Luftführung hier durch das Rathaus wird von einer Prägung der Oberfläche unterstützt, die von einer Haifischhaut inspiriert wurde. Auch ausgeklügelt ist das preisgekrönte Fahrerassistenzsystem iSight. In der neuesten iSight-Version hier im Crosstrek arbeiten erstmals drei Optiken und Radarsensoren in der Front zusammen. Sie beobachten den Verkehr vor dem Fahrzeug und greifen im Bedarfsfall helfend ein, um eine Kollision möglichst zu verhindern. Der Erkennungswinkel dieser neuesten iSight-Version wurde nun noch breiter und auch die Bilderkennungssoftware wurde weiterentwickelt. Auch dadurch unterstützt hat der Crosstrek eine Vielzahl neuer Funktionen bekommen, wie beispielsweise multinationale Verkehrszeichenerkennung, aktiver Spurhalteassistent mit Gefahrenerkennung und Lenkradvibration, den intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer, die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung mit Spurzentrierungsunterstützung und adaptiver Lenkung. Im Heckbereich runden ein Totwinkel, Spurwechsel und Querverkehrassistent die serienmäßige Sicherheitsausstattung ab. Kommen wir zum Antrieb des Crosstrek. Wie alle konventionell angetriebenen Modelle der Marke Subaru verfügt auch der neue Crosstrek über einen flachbauenden Subaru-Boxermotor. In Verbindung mit dem symmetrischen permanenten Allradantrieb wird daraus das bewährte und einzigartige Subaru-Antriebskonzept, bei dem alle relevanten Komponenten längst zur Mittelachse symmetrisch angeordnet sind. Dies optimiert die Gewichtsverteilung und erhöht die Fahrstabilität. Den Crosstrek bewegt ein Subaru-Hybridantrieb namens E-Boxer. Dieser besteht aus einem 2-Liter-Subaru-Boxer-Saugmotor und einem Elektromotor. Der 2-Liter-Subaru-Boxer-Saugmotor mit Direkteinspritzung wurde umfangreich überarbeitet, leiser und effizienter. Er leistet 136 PS bei 5600 Umdrehungen und bietet ein maximales Drehmoment von 182 Newtonmetern bei 4000 Touren. In der Spitze sind 198 kmh drin und der Spurt auf 100 kmh erfolgt in 10,8 Sekunden. Der Elektromotor unterstützt mit bis zu 17 PS und 66 Newtonmetern. Bei langsamen Fahrten im Elektrobetrieb ertönt ein Fußgänger-Warngeräusch. Der angesprochene Elektromotor ist platzsparend im Gehäuse der Automatik untergebracht. Das serienmäßige Subaru-Automatik-Getriebe namens Lineatronic wurde ebenfalls weiterentwickelt und ist leiser und effizienter geworden. Speziell für Fahrten abseits befestigter Wege ist immer das Allradassistenzsystem X-Mode mit an Bord. Wenn dieses aktiviert ist, verbessert es die Traktion auf losem Untergrund stark. Apropos Fahrten abseits befestigter Wege, die Böschungswinkel betragen vorne 19,3 Grad und hinten 31,2 Grad. Der Rampenwinkel liegt bei 20,8 Grad. Die unverändert hohe Bodenfreiheit von 220 mm ist im Segment der Kompakt-SUV echt ein Top-Wert. Sie hat uns schon beim Vorgänger, dem Subaru XV, oftmals weitergebracht als erwartet. Die eingangs erwähnte Subaru Global Plattform ist eine besonders hochentwickelte Karosserie-Konstruktion. Sie wurde in dieser Generation noch steifer, sicherer und vibrationsärmer. Dadurch hat sich auch die Kollisionssicherheit weiter verbessert. Und in diese Subaru Global Plattform steige ich jetzt einmal ein. Ich bin gespannt auf den Innenraum. Zunächst fällt mir auf, die SUV-typische Fahrzeughöhe ermöglicht mir einen bequemen Einstieg und ich habe meine ideale Sitzposition schnell gefunden. Bei gleichzeitig sehr guter Übersichtlichkeit dank großer Fensterflächen und schmaler Dachsäulen. Wenn ich mich hier im Innenraum umschaue, fällt mir zunächst der große zentrale Bildschirm auf, die wertigen Materialien und die klug strukturierte Anordnung aller Bedienelemente. Das Multifunktions-Lederlenkrad ist je nach Ausstattung auch beheizt. Sehr angenehm, besonders bei Fahrten im Winterhalbjahr. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Sitzoptionen für den Crosstrek. Ledersitze sind dabei der Top-Ausstattung vorbehalten. Je nach Ausstattung lässt sich der Fahrersitz zehnfach elektrisch verstellen, inklusive einer Lendenwirbelstütze. Der Beifahrersitz kann dann achtfach elektrisch eingestellt werden und beide Sitze sind beheizbar. Eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein Start-Stop-Knopf und der Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarner sind immer mit an Bord. Für die Sicherheit gibt es nun zusätzlich das automatische Notrufsystem E-Call und insgesamt zehn Airbags. Darunter ein Sitzflächen-Airbag im Beifahrersitz und ein Mittel-Airbag zwischen den Vordersitzen. Je nach Ausstattung kommt ein automatisch abblendender Innenspiegel hinzu. Heutzutage nicht mehr wegzudenken hochentwickeltes Infotainment und Connectivity. Der auffällige Hochkantbildschirm mit einer Diagonale von 11,6 Zoll zeigt unter anderem alle Infotainment-Funktionen und verfügt über Android Auto, Apple CarPlay, beides kabellos möglich, WiFi, Bluetooth und NFC. Die Fahrerinformationsanzeige zwischen den Rundinstrumenten zeigt alle fahrtbezogenen Informationen. Für den Anschluss externer Geräte stehen zwei USB-Anschlüsse, einmal USB-A und einmal USB-C, sowie ein AUX-In-Anschluss zur Verfügung. Den Kopplungsprozess selbst fand ich sehr übersichtlich und neue Funktionen wie die Möglichkeit einer Dreier-Telefonkonferenz oder die Sperrung des Displays mittels PIN sind hinzugekommen. Das serienmäßige Navigationssystem basiert auf einer integrierten Karte mit dreijährigem kostenlosen Kartenupdate MapCare. Es bietet bei der Ortssuche auch die Funktion What's Three Words. Über die serienmäßige Sprachsteuerung und Tasten am Lenkrad können viele Funktionen gesteuert werden, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. So, ich wechsle jetzt auf die Rückbank und schaue mir an, was den hinteren Passagieren so geboten wird. Hier im Fond gibt es ein ausreichend großes Platzangebot, insbesondere auch bei der Kopffreiheit, die größer ist, als es von außen durch die abfallende Dachlinie erscheint. In den hinteren Türen gibt es natürlich Kindersicherungen. Die Fenster lassen sich vollständig versenken und wer das nicht möchte, kann von vorne aus den Fensterheber blockieren. Äußerst praktisch sind die Mittelarmlehne mit integriertem Getränkehalter sowie, je nach Ausstattung, zwei zusätzliche USB-Ladeanschlüsse, einmal USB-A und einmal USB-C. Selbstverständlich in jeder Ausstattung mit dabei sind die Isofix Kindersitzbefestigungen mit Eissallstandard und Top-Tesserhalterungen. Um einen Blick in den Laderaum zu werfen, drehen wir den Crosstrek nun noch einmal um. Im Laderaum des Crosstrek gibt es mehrere praktische Haken, um Gepäckstücke sicher zu transportieren. Die Rückbank ist im Verhältnis 60 zu 40 teilbar und umklappbar. Das Gepäckraumvolumen beträgt 315 Liter, bei umgeklappter Rückbank ergibt sich ein nahezu ebener Laderaumboden und das Volumen steigt an auf bis zu 1314 Liter. Selbstverständlich gibt es auch für den neuen Crosstrek jede Menge Subaru Original Zubehör. Sehr beliebt dabei sind die Anhängerzugvorrichtungen. Stichwort Anhänger, die Anhängelast für den Subaru Crosstrek beträgt ab Werk bis zu 1270 Kilogramm. Natürlich gehört zu einem Neuwagen auch das umfassende Subaru Garantiepaket. So gewährt Subaru auch für den neuen Crosstrek eine Vollgarantie von 5 Jahren bis 160.000 Kilometern. Im Rahmen der Anschlussgarantie kann diese um bis zu drei Jahre erweitert werden, auf insgesamt bis zu acht Jahre und bis zu 200.000 Kilometer. Hiermit schließen wir den Walkaround um den neuen Subaru Crosstrek. Ein herausragend sicheres Fahrzeug im Segment der Kompakt-SUV mit einem einzigartigen Antriebskonzept und einem sehr schicken Design, wie ich finde. Wenn Sie nun neugierig geworden sind und mehr erfahren möchten über den neuen Subaru Crosstrek, besuchen Sie gerne Ihren Subaru-Partner für eine Probefahrt und schauen Sie auch gerne den Fahrbericht mit Sebastian von Subaru. Hier die Erinnerung, wenn Sie keine weiteren Videos verpassen möchten, abonnieren Sie gerne den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Und auch Likes und Kommentare sind herzlich willkommen. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Überblick gefallen und wir wünschen Ihnen jetzt weiterhin allzeit eine gute Fahrt. Ich bin Sven von Subaru. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.